Musik Mein Name ist Max Schmidendorf, ich bin 26 Jahre alt und ich habe vor ca. 1,5 Jahren mit meinem Companion zusammen ein Startup gegründet und wir sparen Hausverwaltern extrem viel Zeit und Geld. Ja, das Besondere ist, dass wir quasi alle Prozesse, die ein Hausverwalter hat, bei der Bearbeitung von Bewohneranliegen komplett digitalisieren und komplett automatisieren und so spart der Verwalter halt viel Zeit. Ja, das interessanteste Learning, was wir hatten, ist, dass wir mit einer Branche, die vielleicht fünf bis zehn Jahre der Digitalisierung noch hinterherläuft, die zur Digitalisierung hinführen können und denen helfen können, digitale Prozesse zu implementieren. In der heutigen Zeit ist es extrem wichtig, dass man sich ständig anpasst, ständig weiterentwickelt, gerade bei digitalen Themen. Da kann man einfach nicht stehen bleiben und man muss halt auch sehen, wenn ich es nicht tue, dann tut es einen Wettbewerber und der ist dann besser als ich am Markt. Und genau aus diesem Grund ist es so wichtig, dass man bei der Digitalisierung ständig Veränderungsprozesse auch mitmacht. Musik 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 Musik